Kennst du das auch? Du bist stolz auf deinen Stuhlgang, hast aber keine Möglichkeit, ihn mit deinen Freunden zu teilen? Ja? Introducing Facebook, das soziale Netzwerk für deinen Stuhlgang. Hörst du den Ruf der Natur? Poste deinen Popo-Status! Halte deine Freunde auf dem Laufenden, informiere deine Familie und nimm teil an der Verdauung deiner Freunde. Wow! Schwelge in Erinnerungen und teile den Stuhlgang of a Lifetime. Klassifiziere deinen Code mit lustigen neuen Emojis. Teile deinen Haufen 24x7. Facebook, great shit.